Heute ist der Europäische Tag der Sprachen und wir an der Gelbertschule beschäftigen uns nicht mit den vielen Sprachen, die in Europa gesprochen werden, sondern mit einer Sprache, die nur bei uns im Landkreis gesprochen wird und das ist Plattdeutsch. Deswegen findet heute an der Gelbertschule der Plattdeutschtag statt mit vielen verschiedenen Workshops für unsere Kinder. Von den Plattdeutschen Werkstagen hier auch am Sprachendach in der Gelbertschule tätig. Hier sind nämlich nicht mehr alte Schaulmästers, die da platt schnacken können und da hält wieder mit gut. Und ich persönlich nehme dann immer eine Klasse vom dritten Schauljahr mit in die Karte und da geht auch wieder mal durch und schaut euch das an, was da so ein Besonderheiten gibt, wo das mit den Ohlen Dülpsteinen ist oder mit dem Bichtstaulen oder dem Altor, was da so so gewesen ist und da auch noch platt. Und das ist so hochinteressant, da die Kinder, die da auch kein Platz gestört, alles mitkriegen dort, was sie da so miteinander vertellen. Dich, 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 Dich Untertitelung des ZDF, 2020